Okay. Perfekt. Okay, Juliana, du darfst weitermachen. Der Baum steht vor der Ampel. Vor der Ampel, genau. Und Evelina, machst du den nächsten Satz, bitte? Der Fisch schwimmt in dem Waschbecken. In dem Waschbecken. Sehr gut. Orange liegt auf dem Teller. Die Orange liegt auf dem Teller. Sehr gut. Und Evelina, du bist wieder dran. Die Biene fliegt auf... Da müssen wir aufpassen. Über... Über... Sehr gut. Super, Evelina. Und Juliana, noch ein Satz für dich. Das Buch liegt über... Oh, Vorsicht. Unter... Unter dem Stuhl. Super, Juliana. Sehr gut. Und Evelina... Das Buch steht... Hinter... Hinter... Hinter der Bank. Super, Evelina. Okay, und noch ein Satz. Die Karte... Strecken... Strecken... Hinter... Unter... Unter... Den Koffer. Der Koffer. Sehr gut. Super. Und Evelina... Der Bleistift liegt... Unter... Unter... Sehr gut. Der Schrank. Der Schrank. Unter dem Schrank. Unter dem Schrank. Super. Das... Das Bett... Das Bett... Das Bett... Stehen... Steht... Steht... Steht hinter... dem... Regal. Regal. Das Bett steht hinter dem Regal. Super. Das Bett liegt... Unter... Unter... dem Tisch. Unter... dem Tisch. Super. Applaus. Sehr gut gemacht. Okay. Alles klar. dann stoppe ich das hier schnell.